Folgende Beschreibung bekommt man, wenn man auf Amazon einen Mitesser-Entferner kaufen möchte. Weicher, mikrokristalliner Kopf. Grint die Hautoberfläche, Alterung, geile, tote Haut, reinigen Sie die Haut. Großer Rundlochkopf. Für Nase- und Mundhaut erwarten Sie Lippen. Basic Hautpflege. Unter Verwendung eines Vakuum-Saugsystems reinigt restliches Make-up in den Poren, Talgflecken, Abfallprodukten, Hornstopfen, Akne und so weiter. Die Poren werden enger, die Toiletten-Lotion. Und die Essenzflüssigkeit können tief in die Haut eindringen und es wird nicht verschwendet. Die Poren werden dünner und die Essenz kann tief in die Haut eindringen. Sauge körperliche Aspiration, verletze deine Haut nicht, erfrische die Dunkelheit. Wie benutzt man? Ziehen Sie die Gesichtswange auf die Wange an. Bewegen Sie sich von innen nach außen. Wie soll das denn gehen? Setzen Sie die Gesichtsausstattung auf die Stirn und bewegen Sie sich von der Mitte zu beiden Seiten. Positionieren Sie die Gesichtsausstattung im T-Bereich, Stirn und Nase. Bewegen Sie sich von oben nach unten. Ich verstehe das nicht, was? Dunkelheit, Akne, dünne Linien, Alter, geil! Talgschmutz, Make-up übrig, Falten, geil! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017